Hallo, hier ist euer Jockel und ich wollte, na, voll ein bisschen blöd zu machen, so, ja, herzlich willkommen wieder zu einer Runde meiner Kraft und es ist sehr laut hier, hier stöhnen mir viele Zumbis jetzt in den Ohren, ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen jetzt, so, ich brauche mal ein bisschen mehr Platz hier im bescheidenen Lagerraum, machen wir eben schnell klar hier, so, ich brauche noch ein paar Slips, wie es aussieht, ne, was wir hier auch weg machen, hier so, so, reicht der Platz aus, oh, wo ist der, jetzt wird das andere gestorben, ähm, ich brauche noch ein paar Slips, Slippy Slips, Stein, 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 hier, Ja, das sind Sie, so, zack, haben wir zwei Stück, das reicht eben aus, um hier oben mal eben schnell, ja, dicke, hübsch zu machen, so, ähm, buch da oben nicht so ein Ständchen, ob das nicht mehr, kann man gar nicht so lassen, auf gar keinen Fall, und dann stellen wir hier nochmal eine Kiste, so, für was auch immer, keine Ahnung, so, hm, müssen hier nochmal wieder ein Lichtchen anbauen hier, so, Ähm, ja, ich war ein bisschen auf Tour gerade, ich weiß nicht, habe ich das so aufgenommen, nee, ich glaube nicht, das habe ich ausgesehen gemacht, ähm, mussten wir auch so einfach, Holz, so, ja, und seitdem man vielleicht ganz schön leiden müssen, ja, schon auf Eisenschwert umgeschaltet, ähm, so mit dem reparieren, ja, was ist das hier eigentlich, Verzeihung, Schlag zwei, mhm, okay, das hatten wir mal so unterwegs gefunden, müssen wir sehen, wo haben wir die Eisenbahn zu bedanken, genau, Sensorschiene hier, Tübingmaschine, Sensorschiene, wunderbar, noch eine Lore, die behalten wir mal in der Tasche, und, also, hier, die Zaun-Dickern hier rein, so, hier haben wir mal unterwegs ganz gratis eingesammeln können, so, die Sticks haben wir noch genug, hier haben wir noch ein bisschen mehr als genug Kohle, was sieht hier mit Kohle aus, so, dann machen wir es so und bringen hier den 64er Stacks hier rein, so, na, ich denke, das ist okay, Eisen, was ist das denn, das ist unsortiert hier, das ist man hier gar nicht, leiden, das ist ein bisschen voll, was sein, zum sortieren hier irgendwie, ne, irgendwie ist es echt, oje, 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 Zidiane hört ja nicht so um die Kehr rein, das muss ja nicht um die Kehr rein sein, das Tee schmeiß ich oft weg, glaube ich, so, oder? mach ich das noch einmal, das ist alles da, das da, das ist mir aber trotzdem nicht weiter, hilft mir trotzdem, ich wollte es, das ist trotzdem hier, das Eisen, das ist wegsortiert, das ist das Eisen, eine Reihe eher, hm, doof, ok, ob sie die Ahnen tun, haben sie einmal eine Kiste für Stein oder so, ach, da hat Bücher, hier rein, da, zack, äh, Stein, ich siehst du wohl, kann das hier mit rein, kein Ding, so, äh, die Slips, zack, kommen auch wieder rein hier, das kann auch hier rein, zack, zack, so, ein paar schnelle Brauen, immer noch zum Bauen, kuch, habe ich hier beide Echse benutzt, ist natürlich nicht so klug gewesen, ganz schöne Schlampe, bitte ich, so, ach, ist so gleich Schrott, mhm, die, 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 das ist immer nochmal eben, brauchen wir einfach einen Raum noch ein bisschen größer, oder was meint ihr, ach, das ist sicher, ob man sich so wohl, hat doch geklappt, hat doch geklappt hier, so, machen wir das mal eben, so, 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 ich lasse es, also, so, wir brauchen hier nochmal, die Steinabteilung, wo war die jetzt nochmal, Horst, da ist sie, so, nochmal Slaps, what's, so, wie Slaps, ab, so, okay, haben wir es, und wieder rein, so, war die Richtung, da lang, warm, ähm, ja, genau, haben wir die, jetzt für sowas hier, ja, Kürbis, Melone, Weizenkörner, Rote Biete, das ist das neue, die habe ich noch nicht, die muss ich nur anpflanzen unbedingt, puh, Rote Biete, eigentlich können wir das ja mal eben schon anpflanzen, Rote Biete, sollten wir mal tun, ne, Rote Biete anpflanzen, das können wir mal eben tun, was schmilzt er denn, schmilzt er, äh, Stein, okay, so, hm, 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 das brauche ich mal eben, ach, da ist noch eine, siehst du wohl, ich war das letzte Mal stehen gelassen, steigen wir hier direkt ein und fahren los, damit ihr die hier auch wegpacken könnt, hier, na gut, krass, so, los geht's, oh, das ist sehr laut, Spieleoption, lalalala, Musik, Geräusche, Fetter, Musik, Glöcke, was ist das, das ist wahrscheinlich das hier, Nevi, auch nichts, das hat aber nichts zu tun, Sphäerumgebung, ne, welches Geräusch ist denn da zuständig, auch nichts, Wetter kann es nicht sein, irgendwie nicht, kann nur die Gesamtlaufstrecke produzieren, so, naja, schade, hab ich gefunden, mein nächstes Geräusch, der hier zuständig ist, meine Legikatur, Atmosphäre, Umgebung, ja, wäre ja das eigentlich, aber, reagiert darauf nicht, ja, nix, hm, 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 das wäre das nicht, das wäre doch Umgebungsgeräusche eigentlich, na gut, reicht das jetzt eigentlich, ja, sieht gut aus, ja, sieht gut aus, optimal, so, ja, damit habe ich hier, grog, Livestream laufen, ich hoffe, das wird ja nicht ganz so sehr, so, ah, so ein bisschen viel abgebaut, Entschuldigung, 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 wollte ich jetzt nicht, auch so sehen, so, so, dann tun wir hier auch noch einen hier rein, die anderen behalte ich in der Tasche, ich muss auch so, so weiterfahren, sieht es hier aus, braten wir ihn hier, Stein, das nix, und das nix, okay, das ist natürlich abend wieder, hab kein Wert mit, ab, abfahrt, muss man weiterfahren, zum steigen, ich brauche auch noch unbedingt Gold, um hier Betriebsgleise bauen zu können, aber ich habe glaube ich alle Ressourcen ausgebeutet, das dürfte nicht mehr so viel sein, an Gold hier, ich kann eben kurz was trinken, Moment, was ist, das ist ja gut, ich verrucke, Oh Mann. So. Jetzt müssen wir auch noch schnell noch lachen. Schön. Der Teier. Was soll das? das ist eine party erst schon sprechen gibt das spinnige spinne drin man sich sehe ich nicht über was du spiel gerade abend ist natürlich scheiße kacke wo ich darf nicht so viel rumschrauben sein ausgeleuchtet ok zum thema gut ausgeleuchtet die passend das ist ja scheiße rüstung ist ja noch gut jetzt kommt er hier 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 lol fora auf die füße auf die füße auf die füße führen fühle sich aus die füße auf die füße antippipp auf die füße auch die farbe geschaffen diesen option von wieder zu k?, auf die füße von Das ist aber hier jetzt die Sterbe, mein schönes Saatgut hier. Ich habe das Brot doch eben hier in den Gedicht. Hä, der tauscht das nicht? Verarschen? Hm, ich habe hier einen Sandblock geklaut. Sollen erst. Hier hin tun. So. So, Lumpen, ich muss noch ein Brot essen. So, okay. Haben wir. Perle hat uns nicht abgegeben, aber so ein ganziger Scheißknochen. Ja. Versuchen wir mal reinzukommen. Ohne große Probleme. So sollten wir eine Stündchen schlafen, damit die Nacht überfunden ist. Hallo, Profis. Nur schlafen, bitte. Lass mich schlafen. Bett nicht so laut. Oh. Das ist der Kurs. Was ist das jetzt? Mmh, 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 mmh. Ah, hier ist es. Mmh, Fokalade. Mmh. Das war, mmh. Knusper drin. Karabell, ja auch. Ja, klar. Mmh. Die ist auch ganz schön viel fein. Und kein Gold. Kein Gold. Das sind alle auf einem Haufen hier. Hm. Ja, auch. Alles in Grund, dass hier alles auf dem Haufen sitzt. Ja, meine. Habt ihr Gold gesehen? Da gibt es noch einen Stapel Gold für mich. Das sieht nicht so gut aus, ne? Sieht gar nicht gut aus. Äh, keine, kein Gold in den Kisten. Ne, alles nur Schrott. Ja, ja. Kann ich nicht brauchen. Kohle. Kein Gold mehr. Hm, schade. Ja, okay, kontrolliert. Äh, das ist leer. Kein Gold. Ich brauche Gold. So, wie sieht es mit Lebensmittel aus hier? Ah, genug da. Ich habe auch genug in der Tasche. Ich mache jetzt mit nichts. Großartiges. Da sind Steine dran. Ich sehe gar nicht, dass ich die gebrannt habe. Gleich, was ich damit bauen wollte. Kein Plan. Ich habe keinen Plan. Aber ich wollte hier jetzt erstmal... Hallo, Kühe. Und hier sind die Puffis. Alles da. Kein Nickel. Kein Nickel weniger geworden, ne? Ich flippe mich immer gleich aus hier. Müssen ich gleich ausflippen. Ähm. Da unten. Was ich hätte. Hier ist so mein kleiner Lagerkellerchen. Weizen, Weizen, Weizen. Hier ist ein wenig Weizen, aber ich brauche die. Äh, giftige Kartoffel. Können wir die auch anpflanzen eigentlich? Dann kriegt man einen Haufen giftiger Kartoffel. Wollen wir mal ausprobieren, ne? Probieren wir mal aus. Auf aus Neugier. Okay. Hier sind Müllchen. Was ist das hier? Ne, Kartoffeln, ne? Okay. Die können wir mal erstmal ernten. Dann können wir hier, die hier pflanzen. Rote Biete. Noch mehr? Alle. Und ist die Gammel, kann man die Gammelkartoffel anpflanzen? Ne, man kann die Gammelkartoffeln nicht anpflanzen. Da wollte ich nur wissen. Dankeschön. Gib die Kartoffeln zur Seite. Und dann pflanzen wir hier noch ein paar Kartoffeln an. So. So, noch mit. Komm, so ein paar Backkartoffeln machen. Ist auf jeden Fall nicht schadhaft. So. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht, ne? So ein bisschen Landwirtschaft-Simulator hier. Und Kartoffeln rein hier. Ja. Ja. So, okay. Das hätten wir schon mal. Wir haben noch hier eine Menge Kakaobohnen. Könnten wir eigentlich auch mal abnehmen. Neupflanzen, natürlich. Alles abernten hier ein bisschen. Ja, das muss einfach mal sein. Ja, ist ja bald wieder langsam die Weihnachtszeit. Wir haben schon Mai. Na ja, wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon ziemlich dicht an der Weihnachtszeit. Wenn das nicht schon wieder schon vorbei ist. So. Und platzen wir neu. So. Okay. Herrlich. Schade, dass ich so oft hier alleine auf dem Server bin. Ich hätte gerne öfters mitspiele hier drauf. Aber, na ja. Die haben nicht alle so viel Zeit wie ich. Obwohl, ich bin auch sehr selten drauf. Ich bin im Prinzip ja auch nur einmal die Woche. Und inzwischen durch mal so richtig lange Wolle habe. Also nichts zu tun habe. Dann auch in der Woche. Aber das ist nicht so oft. Das ist wirklich nicht oft. So, okay. Haben wir die Schokolade geerntet. Ich weiß ja, ob wir hier Getreide jetzt ernten müssten. Ah, hier sind Hasen. Das ist scheiße. Das ist sehr scheiße. Kommt die mir hier? Sind ausgepöckst, ja? So, die flüchtet. Das ist ein Rase. Ist auch geflüchtet. Okay. Ich bin alle reif geworden, warum nicht? Eine ja, andere nicht. Huch. Sie sind früh geerntet. Wahrscheinlich hier die Möchel lockt sie an. Kann das sein? Und die haben nichts kaputt gehoppelt. Zum Glück genommen. Hatte ich sie auch gar nicht töten. Ganz wird gleich neu an. So, hopp. Ha. Weg damit, weg damit. Dann kommen die Fälle auch hier ruhig machen. Was soll das? Scheißegal. Auch mal drauf rumtrampeln. Aber das ist nichts ungenutzt hier. So. Haben wir. Das haben wir hier. Aha, da ist Hasen. Ja, da ist er ja wieder. Muss er. Hä? Der würde mich doch verarschen. So. Tut mir leid. Schauen wir uns in anderen Hasen auch noch. Dum, 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 dum. Ja, der kann er schon einstecken. Zack. Da haben wir noch frei laufende Hase. Ich glaube, die müssen wir irgendwann mal ein Flüchtet sein, oder? Aber die können über die Absprünung hüpfen. Das kann doch auch sein. Aber ich glaube, jetzt habe ich sie hier, oder? Es ist ja immer noch einer. Ja. Mann, kann der helfen. Was aber vielleicht ist keine gute Idee. Ich habe nur einmal Fleisch abgeworfen. Oh, das Kaninchen. Was haben wir da? Hasenpfote. Schön. So. Mal hier wieder mal. Die Kammelkartoffeltur hier wieder rein. Die Kammelkartoffel. Achso, wir wollten Weizen ernten, ne? War doch was. Da war doch was. Sollten wir auch nochmal eben schnell machen. Wollen wir auch nochmal schnell. So groß hier die Felder. War leicht locker aus, um eine Person zu versorgen. Ein bisschen mehr. Jetzt sind wir hier Getreide zum Anpflanzen. die musik ist so geil macht das was jetzt gar nicht jetzt der vorkraft sich selbst gerade gespielt wird kann es leider nicht einsehen weil ich arbeite mit einem monitor total unprofessionell ich will auch gar nicht professionell sein ich spiele erstmal spaß zu haben und das video sowas auch spaß macht so halte ich meine zu bin ich ja bei video das video kann das zurecht schneiden und sowas muss ich jetzt so mit obs und so eigentlich kaum tun im prinzip die größte arbeit zum glück ab und ja ich würde ja auch gerne intro oder so oder vor den videos und so schnell so schnell vorschau einsetzen aber was soll ich sagen jetzt sind für die zeit dazu wird einfach die zeit wenn man im prinzip zehn stunden für die arbeit unterwegs ist dann abends dann noch ein video schneiden ist dazu sind nicht so 16 16 uhr zu hause ungefähr also erst mal geschlafen ja und dann ist aber meistens dann ist meine familien kam dran ist jetzt hier um 1 uhr 44 vom rechner und mache jetzt gerade dieses video freude natürlich gerne aber die uhrzeit sagt ja alles aus dem prinzipien es gibt einfach nass so und gleich sind immer wird es kein gold hier ist kein gold dran hier kann ich gefällt haben wir ja mit reinschmeißen die hausen vor schmeiß ich auch einfach mal stumpf hier rein jetzt noch holz sollten mitnehmen so dann gehen wir mal die sachen die vorratskammer bringen hier das ist hier das salzknochen achte drei das spaß wir hier mal rein so haben wir unten kakao zu viel von alles klar mehr rein das haben wir nicht geerntet das haben wir geerntet was auch hier rein schwupp aber wir können ein paar brote machen machen ein paar brote mit mit pilze ja ja was das ist hau das schweige vielleicht auch hier ist das fleischabzahlung genau das ist das händchen vielleicht mit dran aber gut dass sie nicht verdirbt das ist glück das ist nicht so simulations lastig ist so auch hier hätten übrigens die kartoffel abwerfen kann nach menschen trottel so haben wir nicht viel abgeworfen das fliegen gleich wieder in die ernte und kartoffeln machen wir 13 noch backkartoffeln fertig hier gut ja wo unten fliegen was noch mit gold haben aber ich glaube nicht da ist sowieso nichts mehr drin ist alles verschwunden dann glas glas und nix okay ach jetzt auch noch wofür wofür ist ja gut ich bin willkommen so schauen wir mal hier nach wenn wir irgendwas übersehen fackeln haben wir auf jeden fall warum wir fackeln ja einfach mal gebrauchen mit 32 feld mit hier haben wir gleich mit das auch noch mal ja wo ich jetzt einen alten rüstung nach wie schön also ein bisschen sortieren also das hat der halbbarkeit drei stecken so diese verdient wurden die halbbarkeit drei schlag eins stärke zwei ich bin in der verein also boogen da hinten der gezahl muss man überlegen was man möchte okay stärke zwei und hyperkat drei und schlag eins schlag eins bringt gleich mehr schaden ist aber was noch nicht so das war so achte 100 frechheit frecher hund das ist noch total leer das stand stand und so stand stelle kohle arten auch interessant könnte man aber auch in einer box tun eigentlich hier sind noch ganz alte holzstufen die dafür gibt es keine textur mehr dafür gibt es einfach keine textur mehr eigentlich müsste man sie weg dass wir uns ja das haben wir doppelt haben wir hinten aber noch mal irgendwo wir haben kein kein gold hier jetzt mal schon alles leer geplündert sein ich glaube ja das war schon leer geplündert ich hätte jetzt mal schon als lege klug ist dann wofür muss ich setze ich mal getreide in hand hoch da will ich raus ja genau hier war so jemand auch mal getreide irgendwo kann mit fleisch hier nicht wollen das ist das ist ja 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 stimmt da wollte ich auch noch was machen ein bisschen hühner kram müssen wir mal hier zeugen erst da wollte brot draus machen das war ja bei uns halbigen kraft interviert eine tasche mal gleich in der küche so genau und dann kann das noch mit dazu so zack noch vergessen so hier auf zack hallo und hier treiben sich die hunde rum ah ja ofen kartoffeln wollte ich machen ja jetzt da rein wird zack so da hier ist auch noch kein gebratenes alles gebraten das kennt ja genau das kann ja auch hier dran bleiben ich habe noch mal gammelfleif rottet das fleisch drin muss hier glaube ich nicht unbedingt in diesem kühlschrank sein das packen wir auch in den keller kartoffeln auch nicht gekocht werden wir kochen kartoffeln frische kartoffeln haben wir in den keller aber hier kommen nur ofen kartoffeln in den kühlschrank haben wir noch brot hier drin eigentlich ein brot nur noch dazu jetzt machen wir uns hier noch mal brot achso na guck so noch mal brot und jetzt haben wir wieder ausreichend brot in der tasche das ist gut die hohe muss man wieder zurückbringen unbedingt das kann ich vielleicht noch mal die vorratskeller kann man vielleicht war hier ja ja das zeigt dass wir bei unserer u-bahn tunnel behausung aufgeben das lassen wir mal mit das kommt ja auch hier in den keller da ist das glas wo war das glas noch sag mal hier nicht ja sehr gut wobei glas das recht schon daran glaubt das sache stimmt soweit alles glas hier das glas und da oben ist nix ok glas hier ist das nicht viel klasse haben wir alles klar was haben wir sonst noch kohle und holz items wo denn das steine dafür schilder da sehr holz genau ok ok so was wollte ich jetzt weil sie nicht mehr hat die ruhe zurückbringen das klar ich komme auch noch ordentlich an ich komme auch noch ordentlich an hm ok ok kür das wollte ich jetzt eigentlich die hoher die rente genau ich hätte wollen die kühle vermitteln aber wir haben jetzt auch keine dann haben wir nicht da schade ja pech gehabt hier haben wir große augen so warte mal ach so wegen gold können wir ja nochmal gucken rote beete schon ausgetrieben vielleicht schon fertig vielleicht oder oh das rote beete fertig schon cool mal schon welche ein lagern hm haben wir ja noch nicht fertig ok haben wir noch mehr pflanzen so ist die rote biete packen wir bei uns in die vorratskammer ja rote biete bin der zoom fan von also ich will nicht sagen ich mag es ist gar nicht aber so richtig toll für die rote biete eigentlich nicht so schön dass es da ist was ich gerade so gute biete entschlossen haben das einzufügen rote biete ein damit und kartoffeln packen wir noch rufen aber die ofen pop und kartoffeln hier rein die hefte davon ja noch welche fertig gemacht so und jetzt gehen wir nicht darüber da drüben raus sondern wir gehen hier raus habe ich nicht da vielleicht noch gold kann man durchgehen und wenn man auch kein vergangen für oder wir sind schon klar entschuldigung Gold. Gold. Goldschwerter ohne Ende. Lederjacke. Plus 3 Wurstungen. Dornen 1. Vielleicht kann man das mitnehmen. Plus 8 Wurstungen. Schauen wir mal hier 2 Goldschwerter. Einander kombinieren. Da brauche ich ein Dings für. Geht so nicht. Haben beide nur Angriffs. Verlieren sie ihr Können. Achso. Schauen wir mal. Was ist das? Verstoß. Halbbarkeit 2. Rückstoß. Mhm. Das zeigte so nicht einmal. Muss ich schon im Inventar haben. Wollen wir mal im Inventar und schauen, was sie für Fähigkeiten haben. Oh ja. Den schauen wir gleich nach. Ich kann sehen wie ich von diesem Schweine Monster hier schon kalt gemacht habe. Die haben sich einfach zu sehr hier eingedisst. Also ich musste eigentlich aufräumen. Das ging leider nicht anders. Mhm. So. Was hat der denn? Der hat gar nichts. Der hat haltbarkeit 2. Der hat was. Okay. der hat Rückschluss 1. Der hat nix. Der hat nix. Der hat nix. Der hat nichts. Der hat nix. Halbbarkeit auch 1. Der hat nix. Der hat nix. Der hat nix. Auch schon. Mhm. ich glaube doch das wird normaler sein die drei haben als andere hat nichts ok kann ich den Nugget auch eine Goldbahn machen oder wie war das hey ah so geht das bin auf jedes Stück Gold angewiesen so zack so haben wir was essen eine lecker Kartoffel zum Beispiel so machen wir da was oh hier ist auch noch ein Ovenkartoffel und gebraten ist und hier ist auch noch allerhand drin Baumaterial, ich habe irgendwas größeres vor ja aber nicht was mich jetzt so wirklich ja das nochmal die Goldstelle Stoß Halbbarkeit 1 die haben wir eine Halbbarkeit nehmen wir mit aber das lassen wir hier so gucken was wir da hinten noch haben nix und das hier Niederöck und das hier ist auch Niederöck und das hier ist Seelensand ok das ist auch nicht so ganz symmetrisch ne ich hätte das hier das da vielleicht müssen wir da nach links bauen sollen weil ich soll den Raum hier vergrößern nach links hin hmm na gut weiß nicht was ich mir dabei gedacht habe habe ich überhaupt gedacht das ist die Frage na sonst haben wir hier nicht noch was versteckt hier ne oh ich habe noch vier ach das sind noch 64 ach hoppla hier ist nix weiter ne naja so noch schlamperei von mir hier ist zwar nur einer aber hier sind noch 64 hey achso das habe ich ja gar nicht gesehen das habe ich überhaupt nicht gesehen da müssen wir doch noch ein bisschen mehr machen von das wird schon ein bisschen helfen ich weiß nicht wie weit wir damit kommen aber wir können wieder ein bisschen Gleisarbeit machen na und lassen wir tatsächlich hier so hmm Lava Eimer die lasse ich lieber hier es gibt so 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 steinachse was ist das scheiß hier was ist das also los stoppen wir mit haben wir die 64 alles mit soll alles mit so Goldklümpchen das wir hier aber ich konnte tun wir ja hier auch lieber die Schwerte mit dran na und tun hier die Schwerte hier so hopp mal ja können wir ein paar Schwanen jagen gehen wir wieder Gold brauchen so das sieht komisch aus ob das so ist keine Ahnung na ich wollte mal gucken habe ich da oben noch eine Kiste oder so ich glaube nicht hier oben noch eine Kiste hab ich die abgebaut schon lange da hat er so eine Kiste aber das nur oh wird los das nehmen wir mit haben wir vier Truhen brauchen wir nicht das ist hier nee da brauchen wir nicht Feuerzeug 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 mal drauf in die Tasche stecken ähm ja das reicht dann auch schon so ok Kostrup haben wir das ist gut ab dafür oder aber lass mir ja das ist wieder Nacht natürlich lass mich raten jo es ist Nacht es ist wieder Nacht wo müssen wir jetzt hin Hauptbahnhof glaube ja müssen wir zum Hauptbahnhof ne das ist ganz blöd dann müssen wir wieder zum ähm das ist auch schon ähm ja hier ist schon was ich meine glaube ich doch jeden Fall nein oder auch nicht heule hallo hey was machst du denn hier hey brauche ich denn die Luft nochmal hier was denn da los das ist so ineffektiv also ein Schwert ist auch schon ganz schön runter was ist das jemand ein Schwert muss ich auch mal reparieren irgendwie aber ich muss ja zum keine gute Zeit zum fahren so ein Quarzblock müsste ich ja auch seit schon her wieder gut haben wir eine Lorry hier Lorry Lorry ja jetzt hier so dann fahren wir den Sonnenaufgang hey hop einsteigen und abfahrt ich werde nicht natürlich natürlich wir kommen ja auf geht's so da sollte man vielleicht ein paar Antriebsschienen zwischenpacken und wann geht's hui 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 unterirdisch jetzt sind wir so einigermaßen sicher hier für den Fackeln ne als du siehst es ist ganz schön dunkel hier hier auch mal hin da auch mal hin hier muss auch mal hin da auch mal hin da auch mal hin vielleicht ist das Licht aber hier muss wieder eine hin da auch der ist auch sehr schattig denn ein bisschen mehr so ein bisschen Wendung ich habe das Gefühl hier ist es irgendwie noch besonders dunkel ja ich glaube hier geht's und da hier in der Stelle hier ist der schattig hier auch oder auch da auch naja es war alles zu spät oh ja sehr dunkle Ecke so hier und hier und da da ich glaube es ist hier noch nicht gehabt dass hier was gespawnt ist man muss aber tatsächlich mehr Fackeln anbauen hier so sind wir auch schon da schon ist gut sind wir endlich da so hier haben wir nix hier haben wir nix okay da wird nur Stein gebrannt okay dann fahren wir mal weiter kommen wir zu unserer Gleisarbeiterhütte hier so richtig dicker Den mit drei jeweils aber wir werden nachher geiziger keine Sorge hier muss man ja auch nochmal durch da ist auch nochmal Höhle-System die Zeit 2 Uhr was gleich heute habe ich angefangen aufzunehmen ah stimmt 1.44 Uhr habe ich gesagt was das da ist da haben wir noch ein bisschen Zeit probieren wir noch gar nicht so lange die Diamantenschwert muss ich reparieren ich brauche ich den Diamanten da zum reparieren das werden wir gleich sehen hier ist gut ausgeleuchtet das ist ja irgendwie viele Fackeln tatsächlich hier gerne überall hier diese Wettstumbeleuchtung aber ja da war wohl sehr viel Gloustaub ein bisschen haben wir jetzt hier das ist nicht wenig kann man sagen ja schauen wir uns gut so was gut ist für Gold haben das können wir da jetzt ein bisschen weiter machen vielleicht nicht ganz so viel wir haben eine episch lange Strecke vor uns scheint brauchen wir tatsächlich bis Weihnachten da anzukommen nur muss ich dann die müsste ich die Folgen dann vorgreifen weil wenn ich zur Weihnachtszeit ankomme müssen die Weihnachtsfolgen natürlich auch zu Weihnachten online sein ja ist ja klar so den bereue ich dann ab eben so zack jetzt dann er brutzelt immer noch Stein so so damit los dann wir aus denen auch machen ich weiß gar nicht wie braucht man dafür ach das geht so schon okay das ist sehr gut aber so auch da kann man noch noch zwei draus machen So, dann haben wir Ja, gut Ich habe noch vier Kisten Die können wir noch irgendwie vielleicht unterbringen hier Ob sie hier unterbekommen Das bezweifle ich ein bisschen Na, die können wir wissen ja Hier passen die nicht hin Das geht nicht Hier nicht So Ich konnte eine doppelte draus machen Dann können wir hier noch eine einzelne hinstellen Doppelte nicht Müsste ich hier noch ein bisschen mehr draus haben Aber noch Platz für eine einzelne Und noch Platz für eine einzelne Äh Dann machen wir es so So Ach, ich habe noch eine Ach du Scheiße Dann passt das ja nicht Gefällt mir das auch nicht Dann machen wir den Raum größer Komm Das war der Scheiß So Da machen wir das Räumchen Ein bisschen größer So So Dann haben wir den Raum auch breiter machen kann So So Noch ein Dann war ich hier so Mit der normalen Spitzhacke Ne Wie hat man sich so Die Geschwindigkeit Von der Diamantenspitze Gewöhnt Weil wir die auch noch Effizienz drauf hat So Dann schnappe ich mir noch ein bisschen Steine Hier Hier nicht Äh hier Äh hier nicht Äh hier Äh hier Äh Äh Wann lass ich jetzt Sag da Ist alles möglich Dann ne Nicht nur Stein Warum habe ich hier eigentlich Ziegel Und wir können noch Keine Ahnung Frag nicht Da weiß ich nicht So 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 Okay Was wollte ich jetzt machen Ich habe vergessen Blackout Film das So So Hier ist auch noch Krampel Und da muss natürlich hier Zack 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 Wieder Verkleidet werden So Und tun wir da noch eine Kiste Zack Fertig Und dann können wir hier noch so ein paar Regale einbauen Brauchte wir Holz für Aber Regale habe ich nicht mehr da Ah keine Regale So Die 5 Wann dann wieder gleich direkt in Bretter um Zack Dann nehmen wir auch die Restbretter hier auch mit So dann könnte ich mir immer schnell hier paar stufen kräftung hier so nicht so viele sechs stück müssen reichen da könnte auch hier steinregale so ziemlich so warum auch hier so ist er das so so das was sie gehen oder was wir hier oben die nächsten regal anbauen so so wie auch so also die hier wieder zu ist da auch so okay es doch etwas schon ist gerne bis versetzt haben will ich meine zu ordentlich sind ich weiß das nicht erst so nicht ganz einverstanden aber so falsch so wie hier gehen darauf die kiste kommen wir hier ein paar kiste zu mir kommen zu mir geht ja gar nicht falsch gedacht da seid ihr ja so was auflegen die höhe ginge die höhe noch so und diese höhe genau dann muss diese kiste da weg so so machen so genau das ist übrigens andere seht ihr das normal holz aber hier ist dunkles holz stimme frischer lassen aber erst mal so liegen das war auf das gepflegt also können wir hier zum beispiel jetzt die erde aussortieren erde und kies zum beispiel in einem links tun hier ist noch ein stein haben wir noch okay dann können wir zum beispiel erdung kies zusammen ein dingst oder nur erde so zum beispiel ach so hier haben wir noch steine wo sie stein kiste hier na und dann tun wir jetzt selbst mal hier rein hier ist übrigens holzclaps die höhne nicht rein holzkiste da können die holzclips sind so poliert der theorie quats blöcke haben wir noch haben wir so haben wir haben nichts fertig und gar nichts fertig erstmal mal diamantenschwert reparieren haben noch diamanten da ja das was diamanten schwert reparieren diamant diamant eisen diamante so repariert so das ist wichtig wir brauchen noch länger die effizienz spitz hat er wollten wir auch mal reparieren so sehr oft ja einsatz ist jetzt drei auch keine haltbarkeiten dornen 1 1 goldschwert reparieren wir nicht das mucken wir nicht haben wir unser privat gemächer da hinten und dann ach ja genau passt so hier sonst nichts weiter drin außer noch mal beschrieben schilder und so namensschilder papier kämpfen gut doch nicht gut wie man es sehen möchte weil es erst wenn man eisen hatte ja man eisen geschmolzen endlich mal schmerzwendig eis und so so dankeschön man reisen und das spitz alles mögliche aber kann eisen gut dann machen wir weiter jetzt hier unseren hause arbeit der rüstung man man das zeiten so wir brauchen aber gleiche das heißt wir brauchen reisen wir uns mal die eisen raus hier und das dick ist haben wir sich ist haben wir ratz und brauchen wir auch ne ich habe mal losen rätsturm mitnehmen soll nicht trotteln na gut ach ja noch mal wieder lose und dann auch die eisen machen wir wieder lose so dann bauen wir fleißig das ding ist nie bitte und dann kommt hier zack 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 das war's mehr können wir nicht also für ein bisschen gold und dann brauchen wir jetzt schon natürlich jetzt haben wir 18 stück das war's mehr geht nicht ach so schade sehr schade so wie oft weg und dann machen wir eisen schien noch mal ich hoffe ich habe bald urlaub dann versuche ich mal ein bisschen erfolgen und länger aufzunehmen so zack das war's ich glaube so gemacht das muss erst mal reichen wir haben eh nicht genug so müssen das ist glaube ich das schritt zu rettung fackeln brauchen wir auch noch einfach mal so ganz verkehrt ist es ja doch nicht ein paar rettung fackeln zack fertig 50 stück ja und die auch so viel so zack dann können wir die hier wieder rein tun so genau wenn wir noch mal passt ist noch so 50 stück ist gut wenn wir gebrauchen diamanten legen wir wieder hier in die kiste die schlimme nicht mit uns mit fünf eisen kann bei uns behalten wasser brauche ich jetzt nicht so drängt so ist gold das war auch hier natürlich gold alles gott schwert vor den rahmen haben da schenken wir jemand da schenken wir jemanden bald wahrscheinlich sehr bald neuer kaste hier drauf spielen wird obwohl der jüngste von dem hier drauf spielen so habe ich mal hier mal zur seite dann können wir wieder ein bisschen weitermachen ja dann mal los so einfach mal ein bisschen bis wir da die schiene erreicht haben die antriebsschiene das musste ich leider so machen weil auch mir die loren immer weg fuhren so und jetzt geht's los ich drücke pause so 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 tun als seine nachrichten auf dem handy zu prüfen nichts wichtiges ich möchte und acht updates verfügbar die kann aber nicht updaten weil sie so keinen platz hat alle aktualisieren und gucken es funktioniert aber in der regel beschwert sich mein telefon immer wenig speicher also speicher zu wenig speicher ich muss also alle spielen und umkopieren und dsd kalibisch das sollte ich gleich mal tun erwarten wir erstmal bis der sich beschwert so die akkus auch schon ziemlich schwach muss hier aufladen so bis jetzt läuft alles gut da sind schon in den alten tunnel sehr schlichte bauart das ist immer der steinwechsel so so was so was ich staune ist aber nach so vielen jahren immer noch das spiel spielen mag also irgendwie ich habe auch noch so viele den dich aber irgendwie noch nicht vage umzusetzen oh was machst du denn hier hopp 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 das ist geläuchtet das sporn immer wieder dieser schleim huu 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 hu 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 aufnehmen und streamen von Gronkogen. So ein Ohr dahin halten, weil das ja so ein bisschen um die Nesitas, auf den Namen nicht mehr, den Fernsehvertrag, den man diverse Politiker gerne von den YouTubern hopp, stopp, abgeschlossen haben möchten. So. So, das haben wir fertig. So weit kommen wir nicht, sind gleich alle schon weg. Und da ist eindeutig zu wenig Licht, wie man sieht. Uppercouch, aber wir wollen noch nicht mal sehen, nämlich Schlag 1. Erst Schlag. Feuer. Feuer. Das wird sich nicht mehr. Hey, tschüss. Oh, daneben. Zack, den haben wir. Schön einsammeln hier. Sie sehen, wir kommen nicht weit, ne? Ihr seht das schon, ne? So, das war's schon. Ach, schade. Aber was wir machen können, können wir jetzt die anderen Schienen noch verteilen. Wir brauchen noch mehr Gold. Das ist, äh, ob ich das noch mal, ne? Wir brauchen noch mehr Gold. Fuck, man, fuck, man, jedenfalls, ja. Ich kann mir hier nochmal eine Fackel entkleben. 1, 2, und dann hier Fackeln, 1, 2, eine Fackel. Dann ist er hier falsch. Da haben wir ein Muster. So, haben wir noch mal ein bisschen mit der Beleuchtung ausgearbeitet. Ja, so laufen wir. Trotzdem ist ja nichts anderes übrig. Komm, hier sind wir, wir sind wieder komisch, ne? Haben wir hier eigentlich? Hm, das ist nichts. Hm. So, und hier gehen wir die Fackeln aus. Stein brauchen wir. So. Herzstum verglichen wir hier aus, sack. Zack. Schon mal gut, dann haben wir weit genug vorgearbeitet. Zack. Und jetzt geht's hier weiter. Wie haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann, ja. In der Vergangenheit. Hm, das ist noch wach um die Zeit. Hört, bekloppt. Ah ja, was ist das für eine Erklärung? Was ist das für eine Erklärung? Eine Erklärung. Ich habe jetzt, halt ein Handy, die SIM-Karte von meiner Mutter eingelegt. Und ja, bin eingelegend. Aber da sind alle noch, äh, was? Da sind alle meine Nachrichten darauf, wo man mein Telefon liest. Ist da, kann man die Daten vom Handy irgendwie unterholen? Was lesen? Hm, ja. Ja. So, fragt ihr die Uhrzeit. Was mache ich? Ich muss das Telefon aufladen. Hm. Hm. Ich muss mal kurz. Ich muss mal kurz. das muss ja auch mal sein so ok kurze fragen gestellt wenn man das ach hier haben wir schon scheiße 1 2 3 4 5 6 7 8 wenn man sich auf andere sachen konzentriert das ist eine scheiße das ist auch kacke das ist auch ein bisschen licht dass hier unten nicht so viel spawnt ist ja vielleicht gold eisen ist hier alles kann man mitnehmen ich hätte überhaupt gehabt so aber mut und etwas bekriegt na ja sonst nichts weiter okay kommt wieder hoch dann klopfen wir wieder runter und da vergläte der kauf 1 2 3 4 6 7 8 9 und fackel rein deckel drauf 2 3 4 5 6 7 8 9 was haben wir dann hinter dieser tür versteckt mal reinschauen wasser interessant weg damit eine schöne hülle zu erforschen und kippe am start geklappt haben wir gleich die fange wieder von wand geschossen ach je wieso habe ich die fange jetzt von der wand bin ich so doof sagt nix naja also wird hier und da kam ich okay und keine frage männer wollte ich nicht ach so ist das falsch gemacht hat jetzt habe ich so viele verkleinern okay die kommen ja da kommen so spielst du verständlich ein bisschen neugierig muss man gucken ja ja nicht aber sie sind schon fertig oder brauchen wir es nicht zu sagen so hier war ich schon lange gelacht da haben wir schon da oben könnten wir noch gucken gehen aber ich weiß wo ich wieder rauskommen muss so ist das schön da ist ein creeper wieder rumhopfen oder was war das ja da ist ein creeper so habe ich nicht nicht noch mal licht licht wie wir dich haben überfläche ich habe wieder hühner da geht es weiter also jede menge eisen aber kein gold so nicht das ganz schlecht ist ja aber gold will mir einfach lieber jetzt auch mal mitnehmen jetzt auch noch weiter und creeper dann haben wir tatsächlich ist raus wie geil ist das denn krasser scheiße cool und dann so erkundet weg dann gehen wir wieder raus hier werden wir nicht viel so erstmal schnell eine kartoffel essen so oh regen 11 grad haben wir es jetzt ähm regen habe ich draußen gar nicht so egal weiter weiter es geht weiter ja noch 64 fackeln da kann man noch was machen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wackel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zurückfahrerreise wird schön wir zurücklatschen natürlich so so 1 3 4 5 6 7 8 9 ich hoffe ich habe das hier bald beendet ich wollte ein ganz anderes Projekt schon lange begonnen haben aber das ist mir einfach hier wichtiger gerade 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 8 9 und da mal zu so so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 und da wieder ein stand drauf 1 2 3 oder was drin schönes höchst ist ja auch stein drin sind wir mit hier von stein gelassen und das hier auch komisch das kann hier bleiben so ganz normaler kram hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jetzt sollte ich ja sein hier für de facto so geht's aber die musik ist komisch holen lasse ich dann mal 2 3 4 5 6 7 8 9 packereien stein drauf und 1 2 3 4 5 6 7 8 9 man ist das spannend es ist so spannend ich mache davon auch ein video hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zack zack ist mittlerweile schon samstag ich habe vergessen video online zu schalten 2 3 4 5 6 7 8 9 dass wir jetzt mal gleich nachholen das ist ein tag später ist nicht so schlimm glaube ich das werden sie mir verzeihen wird ihr mir verzeihen hoffentlich 1 2 3 4 5 ja jetzt kann ich natürlich nicht weiter sonst habe ich hier überhaupt keine scheiße denn orientierung sind dass er was da an der kiste noch daran schauen wir auch noch mal rein hier was auch nichts mit rennen dass man da sieht aber kein stein mehr okay ja dann gehen wir wieder zurück und ja sonst gott beschaffen vielleicht mache ich das hier auch auf ich glaube die nächsten live mission mache ich ganz alleine ohne euch weil das ist natürlich auch ein bisschen sehr monoton ja und jetzt möchte ich gleich mal krank weiter gucken was macht ihr denn das bild ist schwarz aber für den schrecklichen piepston das geht ja mal gar nicht 2 uhr 41 ja 1 bis 4 mache ich wohl noch der war so ungefähr so lange streamt auf kronk ja so jetzt ähm der kronk hat das noch ein bisschen auseinanderklar büsten mit den äh mit diesen äh tv ähm lizenzen und so äh eventuell brauche ich dann vielleicht doch keine brauchen es sei denn das mit der eu diese dass sie das dann noch beschließen ich glaube dann ändert sich dann wieder ganz ganz ändert sich das total ähm müssen wir mal sehen ich muss erstmal auch abwarten ähm wie kronk hat jetzt glaube ich soweit ich weiß ein rechtsanwalt eingeschaltet mal gucken was sich da ergibt aber ich mache erstmal weiter wie gehabt solange ne langstag ähm ja keine beschwerden gibt kann ich das ja so weiter betreiben wenn nicht dann muss ich dann halt was ändern so aber ich biete ja kein regelmäßiges Programm an na gut schon klar äh schon richtig normalerweise einmal die woche aber es schwankt ja mal ist es freitags und mal ist es dann doch samstags da ist wieder nächste folge da und ja streamen live streamen habe ich ja noch nicht wollte ich aber dieses jahr eigentlich noch mal anfangen aber da muss man gucken ähm ich hatte jetzt auch noch kein feedback dazu ich hatte auch in irgendeiner folge gefragt zu welchem tag glaube ich das am besten passen würde wenn ich den live stream mache wenn ihr dabei sein wolltet ich weiß ähm ich hatte mal einen test drüben gemacht das war aber dann glaube ich bei youtube bei youtube aber ja da war ich ähm alleine ja ja das würde dann aber auf twitch laufen wenn ich dann auf twitch so auf twitch ich glaube da findet ihr mich auch ja und er hat es noch als steiner lp ich habe es zwar versucht zu umzubinden aber es geht nicht wirklich weil es irgendwie auch mit amazon und so zusammenhängt und ähm ja geht es nicht einfach oder gar nicht eigentlich den namen denn aber das ja schon mit amazon verbunden ist hier sozusagen mit twitch also die premiumvision habe mal gucken was alles geht mit twitch wenn man dann spenden möchte was man nicht muss natürlich nicht ähm ja sich da einstellen muss damit man das zuschauer zu tun können ja ich muss mal sehen es ist ja schuld ach ich bin dann gleich wieder zurück und einfach das mal ich gold herbekommen äh vor allen mengen das organisiere ich auch alles aufs bien und tja und dann treffen wir uns ähm wieder wenn das hier fertig ist auch noch mal ein video davon wir einmal hier komplett tunnel ab und ja wenn wir in den wochen wollen wir machen uns dann auf den weg zum weinersdorf so wird das laufen dann wird die strecke noch mal genießen dürfen oder auch nicht wird dann auch nur den fußweg muss ich sehen irgendwie muss ich mich ja total selber loben gefällt das hier voll mit den tollen rechtlich rito spieler ja welchen live streamer was ich dann spiel vorstellung mit ihr euch gedanken drüber machen oder mal ideen posten was ich dann spielen sollte dann zum welchen zeitpunkt auf jeden fall muss wer das auf einen auf dem samstag am freitag nicht da sind schon würde ich sagen möchte ich auch selber konkurrenzen stelle das jetzt schon dabei dass ich das hier das hier mache gerade und mit dem konkurrenz laufen habe und dann wieder hin lausche ja wäre dann so eher tendenz samstags dann auch samstag recht spät abends ich würde gerne so einen gepünften monitor 27 zoll aber da bin ich noch weit entfernt von das mir holen zu können ich muss jetzt erst mal für mein sohn einen neuen fernseher holen sein fernseher 9 tv boxen die android box nicht unterstützt die auflösung oder herzeitlich schafft keine ahnung ja gut dann holen wir mal was wird hier ab oder verschwindet ja nicht aber erst jetzt einen anderen weg so dann schmeißen wir hier noch mal eisen rein und dann stein dazu was macht er gerade hier ja stein machte jetzt kraft vorringlich also hat er schon fertig sehr schön weil wir haben ein bisschen steine ab so wie so machen wir das und da sieht okay ach so war immer noch toilette und leidig das neu mal weg zu wo ist das jetzt wieder zurückkommen das wird lustig so rauskommen auf sind durch die scheiße geschwommen das wollte ich machen so eine kacke das wollte ich ja wegscheißern hier wegspülen den schar ist hier zack 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 nein ich finde ich da war zu erde und kiste habe ich genug und kein bedarf in dem fall nicht so und wir haben auch über eine stunde sollten wir auch unbedingt aufhören also an dieser stelle ich wünsche euch was schönes restwochenende bis bis nächstes euer Jockel ciao